so habe ich wieder zurück manchmal inzwischen abgeschmiert wollte mich nicht und ich habe was gelesen da muss ich kurz was ausprobieren das ist also ich habe die gelegenheit genutzt immer kurz nachgeschrieben aber nicht sicher ob es richtig verstanden habe ich mal kurz ich muss es anscheinend 1 höher machen drehen 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 hat das netz kaputt man glaubt war das ok doch nicht habe ich doch falsch verstanden ok ja dann machen wir doch die pumpe weil damit es auf jeden fall funktionieren ja jetzt lauf wiederwind was soll ich jetzt machen also eine pumpe pump 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 ich meine das zu lang sind nicht mehr so ein bisschen dunkel genau blutrische blue electric motorbache copper coil kopf krieg mit zack brauche ich fein copper wire fein copper war ja krieg mit diamond draw plate und copper ingots wenn das habe ich vergessen wie viel ich brauche ich brauche einen motor dafür brauche ich zwei copper kreuz pro copper kreuz vier von denen also acht also acht kopfer drei vier fünf sechs sieben acht wo ich jetzt die diamond draw plate wahrscheinlich hier drin ich hab das schon mal gemacht welchen dazu auf für 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 den dingens für für die windmühle habe ich glaube ich das schon mal gebraucht gehen wir kurz in die haare so ich glaube jetzt noch eisen bars da habe ich nur sechs stück von das wird nicht reichen so wie war das jetzt noch mal du kannst in den körper kreuz eisen und eisen bars reisen geht es doch nicht wenn ich weiß ich kann das mit schrift acht und gut geht es mit schrift rechts klick schrift links klick geht beides nicht so körper kreuz dann gibt man das alles hier was brauche ich jetzt noch jetzt habe ich die körper kreuz eisen und blue alloy in gott habe ich noch zwei davon blue alloys der rest war ich bin vergesslich halt scheiße verklickt das war eisen genau ich meine hier körper kreuz electric und was war das letzte was ich noch braucht acht links und rechts fluid pipes da habe ich glaube ich noch welche so habe ich spumpe gebaut habe ich noch doch von den habe ich noch theoretisch sowas weiß ich bloß nicht ob ich das wo ich das genau hin bauen muss sehen wir gleich screwdriver habe ich noch ein traum ich falle wir sind also dunkel es ist wie wer wo handy auch hier ist so dunkel jetzt da ich fache mal hier kurz aus weil das kann ja es recht ja man hat ich sagte ja war nicht in your face da so wieder na ja auf so muss ich das jetzt die punkte muss jetzt aber muss ich dir jetzt vielleicht um drauf stellen ja oder so ach ich bräuchte vielleicht noch ich müsste vielleicht irgendwie antreiben oder damit ich brauche noch ein antrieb na super das auch noch warte mal es ist jetzt nicht für die genialste lösung aber ich brauche es ja eigentlich nicht für lange nehme ich einfach warte mal wo ist denn zack zack 1 2 3 ich habe wieder viel zu viel zeugs dabei was ich gerade gar nicht brauche auch hier ist der verwendet wir kurz mit so viel gestern ich brauche es ja nicht für lange da unten dann kann ich das auch so machen ich habe kein hebel mehr ich habe gekauft doch 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 kopf habe ich das hätte mich jetzt aber schon gewundert ich hätte so dass bx bräuchte nicht mehr ich habe es auch hier ist meine andere kiste gefühlt naja ane oder braucht das überhaupt ne auch glaube ich gar nicht kann es sein ok bevor ich da jetzt noch weitere radiospiele mache ich euch mal ganz kurz nach bis gleich so da sind wir wieder ja ich werde blutschüsse die brauchen aber ich brauche erstmal wieder alles ab hoch hat den grade werde ich auch hier einbauen müssen so gut das passt schon mal ich hätte es auch gar nicht so machen müssen aber egal mhm so die pumpe müssten wir jetzt irgendwie im Prinzip wurscht wenn wir die anbringen halt vielleicht ist es hier doof machen wir es vielleicht anders hier die richtung schicken wir das hier dahin da haben wir hier die pumpe die ist gar gleich mal in die richtige richtung dann schicke ich es einfach hier hoch jetzt müsste ich bloß mal ähm mit den anderen teilen hier loswerden so plopp so jetzt muss ich hier noch irgendwie blutschüsse die runterkriegen und irgendwie war ich gerade fehlgeleitet und dachte die die biogast engine gibt mehr du trittst die stromarbeite gibt ja bc strom das war ja total falsch so weiß auch nicht was ich mir gedacht habe oder überhaupt gedacht habe was die jetzt entscheiden ähm so wir holen jetzt hier was anderes hä komm kann ich nicht rennen war ich zu doof war zu klicken oder wie wend ich hole bloß da war hier strom raus hä achso der nützt sich bloß ab ich dachte gerade das ist die kettensäge brauche ich strom und ich würde auch gerne mal wenn wir gerade so schön dabei sind mit red power äh was mache ich denn hier gerade so scheiße wie hieß denn das andere jetzt hmmm red power blutrichity ok ok ich habe schon wieder einen typen der mehrere rum labert ja soll er halt ich über quatschen halt so jetzt ein bisschen ähm das hat man wahrscheinlich sowieso nicht blutrichity thermopile genau das wollte ich auch mal ausprobieren so blut doge iron bronze ach bronze kupfer eins zwei drei vier zwei eisenabich da habe ich auch zwei blutdopfe ich mir jetzt halt nochmal drei so so jetzt ab so jetzt aber im dress brauche ich gerade nicht mehr so dann ich habe db gas anschauen ich auch nicht mehr habe ich noch was dann gemacht ich habe auch genügend so ist auch der typ weg was wollte ich jetzt auch genau warten bis das kurskund kommt neben so körper 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 1 2 1 2 2 1 2 und 1 2 das waren die tollen teile scheiße ich habe kein eis sich touch nutze ich die mal kurz das herstellen aber so schneller wenn man es schon hat dann nehmen wir das doch auch hier ist das ging schon so oder ich bin mir sicher was nein 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 woher kam der auch von hier vielleicht also so wurde es dann schon die teile die die temperatur unterschied oder muss ich das neben dran bauen das ist irgendwie so machen muss direkt zumindest kein strom scheiße ist natürlich und jetzt wird es auch noch verflüssigt ok war vielleicht eine nette idee aber die umsetzer war chance ok muss es jetzt anders irgendwie runterkriegen nach nacht wird es jetzt auch noch heute ist alles gegen mich habe die haja dann schicke ich halt doch ein kabel von oben runter halte ja obwohl ich kann kurz arbeiten noch halt nein ich will ja wieder tag haben ich brauche ja den tag mach ich das mit denen jetzt ja mach ich das jetzt schnell mit denen so so volle ich will mal kurz nochmal scharfe scheren scharfe scheren scharfe scherfe 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 ganz ganz viele schaffe na so habe ich jetzt alle das boi lasse ich jetzt mal kurz so was auch gehen würde wie das ding spiel was wir was habe ich jetzt wohl geschickt doch genau das da rein so warte ich kann es euch mal kurz ach hier habe ich doch ein battery plan so machen wir einfach mal ein paar kabel obwohl das sollte nicht reichen jetzt zack so joa das sollte auf jeden fall reichen bis nach unten hin weil dann gehe ich einfach von hier aus nach unten ja 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 ich weiß gar nicht wie ich runter muss doch einfach bis zum bedrock was ja auch stimmt eigentlich so bedrock ich muss noch kurz abschicken wo bin ich hier gerade eigentlich sprich eigentlich sollte irgendwie nach rechts probieren von hier aus gesehen gut was heißt noch mit und jetzt geht's los also irgendwo noch lächer stopfen nicht auch nicht dann auch nicht hier oben morgen wohl doch nicht dieses loch er hat voll gut geklopft der über hobermode noch mal etwas und dann mode switch keyword das moment aber so wohl das dürfte es so auch gehen perfekt gut na gut das passt 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 auch mensch das kann ich bei einer zeit arbeiten das hat er hat es überhaupt verlust so und dann schauen wir mal darüber wo komme ich jetzt eigentlich raus so ist mich gespannt ich werde weiter an den gebrauch perfekt sehr schönes füllt cool cool das ist doch in der warten wir jetzt mal wo es kann noch ein bisschen dauern ich muss aufpassen dass es nicht überläuft kann ich die kabel schon mal holen und noch sinn wollte ich glaube ich nehmen oder das müsste ein gebrauche passen Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr. So, ich glaube, ein Stack sollte reichen, oder? So, dann kann ich sie bald in Betrieb nehmen, die Monstervalle. So, nee, warten wir erstmal, bis alles voll ist. Schaut cool aus. Obwohl, ich kann ja wirklich schon mal anfangen. Achso, ich lebe es. Ähm, ja, fuck it. Na. So. Wollen wir es schon Reihe für Reihe. So. Zack, zack, zack. Halt, nein. Das ist ja Schwachsinn. Hier eigentlich am besten nicht. Dann, glaube ich, haben wir einen Wasserplatz. Ja, gut, passt. Jetzt noch. Gut, dann halt noch die einzelnen Spots hier jetzt machen. So, hier wird mir irgendwie gefühlt ständig unterbrochen. So, ach, der Turret-Zong. Gut, ich werde es demnach dann auch aufhören bald. Schau mal. Na, jetzt. Äh, nimm es doch einfach an. Gut, dann kann ich auch hier. Direkt eins drüber. Das kannst du jetzt machen. Gut, jetzt kann ich wahrscheinlich auch hier so arbeiten. Jo, nein. Nein, kann ich nicht. Na. Aber so kann ich arbeiten. Kann sein, dass wir nicht mehr Tag haben. Wollt hier kein Wasser mehr nachkommt. Ich schau mal kurz hoch. Na, da, 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 da. Naja, hier ist noch Tag. Aber es wird gerade Nacht. Geh mal kurz ins Bett. Na. Da, da, da. So. Dann kann ich das jetzt mal noch weiter leeren. Zack. So. Ankegert auf. Mir reichen die Zinnkabel nicht. Naja. Hm. Ich habe ein Skelett gehört. Das finde ich nicht so gut. So. Na, hallo. Ach, jetzt ist mir die Zinnkabel ausgegangen. Warte mal. Ich habe jetzt keine Lust, wieder hoch zu gehen. Ähm, hoch. So. So. Wovon halbersteck geht jetzt. Ja, sollte ich noch lang. es wird immer nun klar die muss ich sowieso noch irgendwie verbinden aber das doch hier gleich so kann ich auch gleich rüber laufen jeweils so und das mit dem great ist eigentlich ziemlich cool dann spreche ich mir zumindest mal diese arbeit auch wenn es theoretisch ja auch hätte selber machen können so ist das jetzt ein bisschen dunkel geworden wir müssen doch irgendwo fackeln umfliegen das war's okay gut dann wo jetzt noch die badbox wird es sind das hier geht es schafft ja ich noch zeitlich nicht dass mich das überläuft am ende das wäre ja nicht so toll die badbox müsste ich glaube ich noch haben mich nicht alles nicht schütze ich sortiert technisch aus zwei tiers oder muss ich hier bald ein neues ob sie nachlegen dass ich gar nicht habe wenn man gleich ich mache erstmal dass er fertig was sollte ich jetzt haben scheiße badbox setzte danke halt hier nein schmack hier badbox sind sie nicht gleich mal kupferkabel ach das machen wir später so ist dann das spart mir fürs nächste mal auf so so machen wir es schön mittig genau sehr schön wird sich das hier direkt und ich muss jetzt eigentlich nur noch warten dass es fertig wird dort pumpt auf jeden fall fleißig genau und wie gesagt pasi hat es so schon mal unser ganzes haus geflutet im live stream und ich habe es dann wieder trocken gemacht im live stream so jetzt mal dann hier okay wir nähern uns dem ende drittisch kann ich jetzt hier noch ein bisschen ich lasse das noch ein bisschen machen und sobald das hier fertig ist schaue ich das ding ab und ich höre dann auch auf und wir können ja wir können beim nächsten mal über gut achten beziehungsweise dann den rest noch einbauen tesla coil könnte ich dann endlich bauen einbauen es dauert und zwar länger wegen der badbox ich hoffe das klappt auch so wie ich mir das denke dass der strom hier reicht eigentlich sollte ja finale phase es wird spannend das kommt erst nächstes so und gleich ist das hier jetzt ist es voll muss was machen sonst überflutet mir das ding irgendwo ja genau deswegen das sollte nicht mehr sein du hast aufhören halt du sollst aufhören scheiße er ist strom okay gut das passt jetzt dann ich lasse es aber noch hier falls ich erweitern will das ganze gedöns das heißt nun mal auf so wie es natürlich ist ein bisschen dunkel geworden hier ist doch auch fackeln irgendwo sein genau auch mir noch kurz heller vielleicht auch noch eine fackel das ist wahrscheinlich jetzt inzwischen voll ja noch nicht ganz das passt aber gut ja das punkt hier war noch fleißig und kurz den wasserblock hier weg oder macht mich nervös jetzt aber okay wir sind uns dann beim nächsten mal wieder ich hoffe das funktioniert alles wie ich mir so gedacht habe und ja bis dahin tschüss